Ja, mein Name ist Kai Redmeier, ich bin Professor für Hochspannungstechnik hier an der Fachhochschule Kiel. Wenn man einen Studentenausweis hat, kommt man hier in den Raum rein, da ist ein Kartenleser, Tür geht auf, die Instrumente sind da, einschaltbereit, man kann direkt loslegen, rund um die Uhr, keine Beschränkung in Lautstärke und in Musikgeschmack. Hier im Bandraum treffen sich Studierende aller Fachbereiche, das heißt, man ist nicht auf seine eigene Fachdisziplin beschränkt, sondern endlich trifft man mal Leute mit einem anderen Background, man tauscht sich aus, erweitert so seinen eigenen Horizont und das ist toll, dass man mal über den Tellerrand hinausschauen kann. Deswegen arbeite ich gerne an der Fachhochschule Kiel, hier sind solche Sachen möglich, hier wird sich gekümmert.